servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben das abschluss video quasi der t sets am start vom 9.2 wochenende in diesem video gucken wir uns alle boni aller specs an von hunter von paladin vom schurken und vom dämonenjäger und wir gucken uns an wie die mythic sets aussehen die ganzen tage jetzt waren doch einiges an arbeit deswegen würde ich mich freuen wenn ihr gerne ein like und ein abo da lasst wenn ihr das noch nicht getan habt immer noch knapp 66 prozent aller leute die hier den kanal sehen haben noch kein abo abgeschlossen und damit würdet ihr mir sehr sehr weiterhelfen danke schon mal dafür und damit starten wir jetzt auch rein wir fangen direkt an mit dem jäger als erstes haben wir den beast master hunter da ist es so wenn ihr euren tötungsbefehl einsetzt der hat eine erhöhte krit chance von 15 prozent für jeden stack von frenzy den euer pet hat und dann haben wir noch zudem wenn euer tötungsbefehl kritet wird damit der schaden des nächsten kobra schusses um 40 prozent erhöht und auch gleichzeitig die cooldown reduction des nächsten kobra schusses dann haben wir den treff sicherheitssäger da haben wir den effekt gekonnte schüsse trickshots also wenn ihr mit eurem mehrfachschuss was waren es drei oder mehr targets trefft wird danach der nächste gezielte schuss oder das schnellfeuer mit einem effekt begünstigt quasi dass weitere ziele davon getroffen werden und gekonnte schüsse hat dann den effekt dass der nächste schuss also nächste gezielte schuss oder schnellfeuer um 30 prozent mehr schaden macht und alle 80 focus die er ausgebt bekommt ihr zwei zusätzliche aufladung von konnte schüsse finde ich sehr sehr dünn den bonus da er weiß ich nicht wenn du rein single target fight hast ist er einfach komplett worthless aber egal dann haben wir noch wenn tötungsbefehl beim survival hunter resettet habt ihr eine chance von 40 prozent dass die nächste eingesetzte lauffeuerbombe keinen cooldown auslöst und vierer bonus eure lauffeuerbombe machen 30 prozent mehr schaden bomben die von diesem tset effekt betroffen sind also die keinen cooldown ausgelöst haben machen sogar 80 prozent mehr schaden dann gucken wir uns jetzt an wie das set aussieht im mythic modus finde da erkennt man dass es hunter sein soll aber ich lasse es einfach mal so stehen mache ich jetzt bei allen sets ich habe schon genug dazu gesagt und wie gesagt wenn ihr es euch länger angucken wollt pausiert das video haben noch einiges vor uns gehen wir zum heilig paladin der zweier bonus wenn ihr wort der herrlichkeit castet sorgt das dafür dass euer nächstes licht der morgendämmerung 50 prozent mehr heilt und zweimal gecastet wird dieser effekt kann nicht öfter auftreten als einmal alle 30 sekunden und jedes target was vom licht der morgendämmerung getroffen wird hat eine hundertprozentige chance also es wird safe der cooldown von zornige vergeltung um zwei sekunden reduziert und das hört sich ziemlich stark an vor allem im vergleich mit anderen beispielsweise dem schamanen also da finde ich schon gerade im ae hill ist dieser effekt hört sich ganz nice an dann haben wir den prot parlor schild der rechtschaffenheit erhöht eure block chance um 4 prozent für 15 sekunden ist bis zu dreimal stackbar also könnt ihr theoretisch zwölf prozent mehr block abhaben und dann der vierer bonus wenn ihr eine attacke blockt habt ihr eine chance von 33 prozent ein richturteil auf euren angreifer zu casten zu guter letzt kommen wir zum retri parlor zweier bonus wenn ihr von dem effekt kunst des krieges profitiert bekommt ihr den effekt von seraphim für zwei sekunden und und kunst des krieges hat eine chance von 50 prozent den cooldown von aschewelle zu resetten und nicht von klinge der gerechtigkeit jawohl als nächstes gucken wir uns an wie das set aussieht so das ist das paladin mythic set und wir haben den schurken assassination also meucheln zweier bonus tückische klinge der debuff davon sorgt dafür dass eure bleeds zusätzlich für 9 sekunden 25 prozent erhöhte krit chance haben und vierer bonus wenn ihr vendetta einsetzt laufen eure gifte und blutungen auf dem ziel 100 prozent schneller ab das heißt ihr entfaltet den vollen schaden der bleeds und der gifte in wesentlich kürzerer zeit der gesetzlosigkeit schurke da hat eure meisterschaft eine chance von 25 prozent einen pistolenschuss auszulösen und der pistolenschuss hat eine 50 prozentige chance eine versteckte kugel aus euren ärmeln aufzuladen bis zu sechs mal wenn ihr sechs dieser kugeln geladen habt wird zwischen die augen der cooldown resettet und kostet keine energie und dann haben wir zuletzt noch den täuschungsschurken der schattenstoß hat eine chance von 20 prozent euch schatten klingen für fünf sekunden zu geben und eure finishing moves haben eine chance von vier prozent pro ausgegebenen kombopunkt also 20 prozent bei fünf kombopunkten den schattenstoß auf bis zu fünf ziele in der nähe zu wirken das ist das schurken set da hätte ich zum beispiel angenehmer gefunden wäre das in einem dunklen farbton so weiß ich ein schurkel läuft nicht in weißgold rum finde ich um das mal einzuwerfen und dann haben wir noch den havoc demon hunter verwüstung da zweier set bonus klingentanz und todesfähiger machen 20 prozent mehr schaden und jede fünfte wirkung einer dieser beiden attacken erstatten sofort den cooldown und die kosten der fähigkeit und wenn ihr eine dadurch verstärkte version einer der beiden attacken wirkt habt ihr eine chance von 15 prozent das cooldown und kosten instant davon resettet werden dann haben wir noch den rachsucht dämoniger tank eure feuerbrand aura der schaden der davon gewirkt wird also jeder tick hat quasi eine chance von zehn prozent ein kleines seelenfragment zu erzeugen und wenn ihr eins dieser seelenfragmente konsumiert bzw aufsammelt bekommt ihr zu 100 prozent für zwei sekunden die feuerbrand aura und wenn diese ball bereits läuft wird die laufzeit um zwei sekunden erhöht und dazu guter letzt gucken uns auch noch das set an so sieht das gute stück aus und damit sind wir mit allen zwölf klassen durch die boni man wird halt nicht ohne spielen können weil sie teilweise doch ziemlich stark sind auf der anderen seite hätte ich mir manchmal etwas mehr kreativität bei gewissen sachen gewünscht also im sinne von nicht nur einfach verringert cooldown und erhöht schaden aber nun gut lassen wir so stehen wie das ist schreibt mir eure meinung wie immer sehr sehr gerne in die kommentare und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen